Willkommen bei Eva und heute die Maus raus und das ist mal wieder CC Box Time. Ich sage einfach mal so, diese Box ist eine Box, die hat einen Wert von 80 Dollar, kostet um die 30 Dollar meine ich und sie ist einfach gefüllt mit 5 Full Size Produkten von der Firma CC und CC ist einfach dafür bekannt, dass sie einfach die geilsten Styles haben da drin. Also die Sachen, die sie da drin haben in den Boxen, die sind so süß und so niedlich durchdesignt oft, das alleine deswegen behalte ich im Moment diese Box. Wir haben zwei gefüllte Pakete und ich würde sagen, wir schauen mal rein, die machen also nicht diesen Schnickschnack wie wir, dass wir irgendwie, ich sage mal, so schöne Boxen und dann in so einem kleinen Papierchen und schleifen wir drauf. Nein, bei denen kriegst es wie bei AliExpress einfach in so Luftgepolsterte Folie, ist jetzt nicht das Schönste als Design, aber das ist ganz sicher kein Mecker Video, sondern einfach, ich genieße diese Firma, weil einfach diese Designs unfassbar gut sind. Und das fängt auch schon bei dem ersten Produkt an und schaut euch mal bitte an, wie schön ist das. Allein die Außenverpackung wäre schon mega, mega, mega. So was kostet, ich weiß jetzt nicht, wie viel es tatsächlich kostet, aber so um die 20 Euro normalerweise. Und das ist diese Reihe mit diesem Dragon, also dieses, die hat so eine richtige Kollektion, aber auch so ein Lippenstift, der war in diesem Dragon Design. Ich verlinke euch diese Box auch in der Infobox, dass ihr einmal schauen könnt und ich mache es einmal auf. Gibt da auch verschiedene Abos, das Flexible, das habe ich immer oder eben für mehrere Monate festgelegt. Schaut mal bitte, wie süß ist das denn. Ich halte es mal so ein bisschen rein und ihr seht, dass das ist richtig, richtig niedlich. Also sowas mag ich und ihr habt eben nicht aus einer Kollektion Produkte dabei, sondern dann aus verschiedenen, die die bisher haben und guckt euch das mal bitte an. Das ist eigentlich wie so eine chinesische Neujahrslampe gemacht, finde ich. Und dann habt ihr hier eben das Design noch durchgezogen, ihr seht das. Und das ist wie so eine 3D-Optik, das kommt so ein bisschen nach vorne raus und dann könnt ihr es hier aufmachen. Und das hier ist so ein Eyebrow-Pinsel, finde ich eigentlich ganz niedlich. Und ihr habt einen Eyebrow-Pinsel hier noch an der Seite als Versatz, das ist auf jeden Fall richtig, richtig gut. Ich mag einfach das Design, bin ich ganz ehrlich. Es ist nichts, was ich jetzt glaube ich unbedingt sofort benutzen müsste, aber ich finde es einfach so niedlich. Ich erinnere mich ein bisschen an Harry Potter, an so einen kleinen Zauberstab, aber richtig süß, richtig sweet. Und ich habe keine bezahlte Kooperation mit Sissi, also einige YouTuber haben es ja, die auf YouTube sind und ich bin ja immer nur ich. Und deswegen habe ich keine und ich freue mich einfach so über die Produkte. Ich habe es im monatlichen Abo, es passt zu mir. Ich finde manchmal diese Schminke nicht so gut, weil da müsst ihr mehrere Schichten drüber machen und vorher so ein, so ein, wie nennt sich das? So ein, so ein, so ein, so ein, einfach so ein Lidschatten-Basic noch drüber, genau so eine Lidschatten-Base drüber. Aber das ist nicht meine Welt. Ich mag es gerne schlicht, ich mag es einfach und schnell zu benutzen und von daher bin ich raus. Das nächste Produkt bin ich schon am öffnen, das ist einmal dieses hier. Und zwar reden wir hier von einem Setting Spray, genau. Ein Setting Spray, das benutze ich meistens selbst immer von der Firma MAC. Ich mag das, ich mag den Geruch, ich mag, wie es aufliegt, wenn man es aufsprüht. Also es ist wirklich so vollkommen meins. Und ich kriege es nicht raus. Das ist mal wieder echt super, Yvonne. Kleinen Moment, ich gucke mal, ob ich es noch irgendwie rauskriege. Gleich ist die Packung voll kombiniert. Ah, so geht es. Okay. Dann haben wir das einmal, das ist in so einem Plastik-Design. Ich muss sagen, das ist jetzt nicht wirklich edel im Glas, hätte ich es vielleicht ein bisschen schöner gefunden. Auch so ein bisschen einfach gehalten, sagen wir es so. Und dann habt ihr einfach hier das Spray. Aber für unterwegs eine richtig schöne Größe, nicht zu viel, 50 Milliliter. Finde ich nicht schlecht, ist auf jeden Fall brauchbar. Und dann gucken wir auch schon das nächste Produkt. Das haben wir jetzt hier. Und das finde ich natürlich mega, das finde ich Hammer. Und zwar ist das aus der Alice im Wunderland-Kollektion, müsste das nämlich sein. Ich gucke einmal kurz. Ne, The British Museum-Kollektion. Ist das nicht Alice? Ich dachte, dass da drauf ist Alice. Aber so sehr kenne ich mich damit aus. Nein, ich kenne mich gar nicht damit aus. Ich freue mich einfach über die Produkte. Ich kriege immer mit, was so Neues kommt, weil ich sie eben abonniert habe. Aber schon lange, lange, lange. Weil sie eben diese Alice-Paletten haben. Und ich hoffe, dass ich irgendwann in der CC-Box nochmal Alice-Palette drin habe. Weil da habe ich in meiner Primer-Gruppe damals immer Werbung für gemacht. Für diese CC-Paletten. Weil ich die niedlich fand, weil das Alice ist. Alice im Wunderland. Aber jetzt nicht unbedingt Disney ist allgemein Alice. Ich mache es wieder auf. Das dauert immer ein Sekündchen. Da haben wir jetzt... Ich muss noch so ein Video fertig machen. Hochladen. Das dauert alles, bis ich das fertig habe. Und das hier hatte ich auch zwei Tage liegen. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber ich hatte vorher keine Zeit, mich da dran zu setzen. Weil ich im Moment ein bisschen mehr arbeite. Wir brauchen im Moment... Versuchen wir neues Personal zu kriegen. Und das ist dann ganz schön. Weil das könnte uns persönlich echt gut helfen im Moment. Gut. Ich habe es auf. Ich habe es auch kaputt gemacht. So tief wie ich. Ich freue mich über etwas Schönes. Aber die Verpackungen sehen auch für mich nicht. Okay. Oh, wie süß. Ja, ist von Alice. Ich habe schon gedacht, irgendwie... Das muss doch Alice sein. Okay. Dann heißt die Collection British Museum. Aha. Sehr süß. Finde ich auf jeden Fall total nice. Total niedlich. Ist eine Creme, ne? Face Cream oder was war das? Eine Repair Cream. Finde ich ganz süß, ganz niedlich, brauchbar. Kannst du auch schön hinstellen in deinem Regal. Sieht süß aus. Passt auf jeden Fall. Das nächste, was wir haben, ist noch dieses hier. Und zwar ist das Ice Cream. Und da habe ich tatsächlich zum ersten Mal gesehen, dass tatsächlich ein MHD bei denen drauf ist. Haben wir das auf den deutschen Schminksachen auch? MHDs? Ich bin der Meinung, dass wir keine MHDs drauf haben. Das ist nämlich halbbar bis 24. Und ich denke so, okay, wäre bei mir schon fast alles abgelaufen, ne? Nein, so schlimm ist es auch nicht. Und den Adventskalender, ne? Die sprießen ja im Moment überall raus. Wirklich überall. Also ich sehe nur noch so Postings und kriege auch Sachen zugeschickt von allen vielen, wo Adventskalender und so sind. Aber ich weiß noch gar nicht, was ich nehme. Also ich habe echt nicht festgelegt. Jeder sagt zu mir, du nimmst halt sicher Alquay, Scheinemann und Purelay und, ja, ich weiß es selbst noch nicht. Ich fand Alquay letztes Jahr schön, aber mich hat gestört, dass die gleichzeitig veröffentlicht haben, die Sachen, die Produkte im Einzelverkauf. Also es war nichts exklusiv dafür. Und sie haben es am gleichen Tag veröffentlicht, wie auch das Teil am Adventskalender rausgekommen ist. Das heißt, du kannst dir Geld sparen, wenn da Sachen bei sind, die du nicht magst. Ach, wie süß, ne? Mini-Lead-Schattenpalette. Das finde ich mega, mega süß, mega sweet. Sieht dann so aus. Finde ich ganz niedlich. Und so einem blauen Design. Ich werde sie nicht benutzen. Ich werde sie weitergeben auf jeden Fall. Weil die brauche ich jetzt nicht so in diesem blauen Design. Aber trotzdem sehr schön. Auf jeden Fall. Und da kriege ich eben viele Infos, was kommt. Aber ich warte auf bestimmte Adventskalender, die ich eigentlich noch gerne haben möchte. Aber die werden dieses Jahr sicher teuer. Ich habe auch so ein bisschen ein Bammel davor, was alles kosten soll, ne? Beim letzten Jahr. Ja, wie viel hatte ich? Zwölf Adventskalender oder so? Ich glaube schon. Okay, das letzte Produkt ist dieses hier. Und das ist ja wohl mal mega, mega süß. British Museum. Schon wieder. Mit so einer Schlange drauf. Ob dieses British Museum tatsächlich für was anderes steht? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Okay, wir gucken einmal nach. Ich finde die ja extrem hübsch, ne? Die ist ja extrem hübsch. Hinkt das auch so, ja? Das ist so ein bisschen 3D-mäßig. Das heißt, das guckt auch raus. Finde ich richtig, richtig schübsch. Wie ihr könnt, wenn ihr diese Box haben wollt, über andere Influenza, kriegt ihr auch Rabatzcodes, ne? Nur schon mal als Info. Und dann sieht das so aus. Und dann machen wir den einmal weg. Und dann sieht die Palette so aus. Mega, mega hübsch. Das sind so nudige Farben. Das finde ich auf jeden Fall sehr gut. Was mich ein bisschen stört, ist, dass es aussieht, als ob dieser Glitzer ein bisschen kaputt gegangen ist. Aber ich sehe hier keine Überreste. Deswegen glaube ich es nicht. Das ist einfach so. Aber insgesamt definitiv eine Allrounder-Palette. Mega, mega schön, mega sweet. Und was ich eben mag, ist einfach dieses Design. Wenn ihr das öffnet und ihr schaut rein. Und es sieht dann so aus. Oder es sieht so aus. Und dafür lohnt sich diese Box für diesen Preis. Da brauchen wir echt nicht drüber zu reden. Auch wenn ihr das dann öffnet und ihr habt alles im Wunderland dabei. Ganz ehrlich, ich finde das so süß. Ich kann mir das so hübsch vorstellen, wenn man es sich einfach so hinstellt und genießt. Und selbst wenn es leer wäre, sähe es immer noch niedlich aus. Also ich glaube, die werde ich auch verbrauchen und dann mehr ums wo hinstellen. Das ist jetzt ein Produkt, wo ich sage, es ist nicht hochwertig. Genauso wie dieses hier. Das sind so Plastik-Designs. Ich finde, da fehlt noch das gewisse Etwas, weil es ist einfach so ein bisschen, ne. Das ist meine ganz ehrliche Meinung. Es ist eben so, ne, reflektierend, wie ich es empfinde. Aber ihr könnt das gerne auch ganz anders sehen. Und das finde ich mega hammer. Also alleine für diese drei Sachen hat sich diese Box extrem gelohnt. Die kann man noch bis zum 31. haben. Danach kommt die neue Box wieder. Die bekomme ich auch. Da freue ich mich auch schon drauf. Ich lasse dieses Abo echt im Moment laufen. Und weil ich einfach gerne ein paar mehr Produkte von dieser Firma haben möchte. Einfach weil das Design mir gefällt, ne. Und irgendwann werde ich es aber dann raushauen, rausnehmen diese Box. Weil irgendwann hat man auch genug. Aber insgesamt lohnt sich diese Box sehr, sehr zu empfehlen. Ich wünsche euch alles, alles Liebe. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.